Herzlich willkommen zu diesem speziellen Video. Heute soll es um einen Kurs gehen von Dirk Kreuter und Calvin Hollywood, die ja beide Koryphäen im, ja, ich sage mal im selbstständigen Bereich bzw. im Businessbereich sind. Und Calvin Hollywood und Dirk Kreuter haben einen Kurs released, der sich nennt Erfolgreich selbstständig sein. Und in dem Kurs zeigen sie dir, wie du als Selbstständiger nicht wie die meisten selbst und ständig arbeitest, sondern dein Business hoch skalieren kannst, wie du mit verschiedenen digitalen Verkaufstechniken dein Business so aufsetzt, dass du, wie du hier siehst, wie du pro Woche sieben Stunden weniger arbeitest, während du dein Einkommen verdoppelst. Das Ganze haben eben Dirk Kreuter und Calvin Hollywood perfektioniert, kann man sagen. Du kannst mittlerweile das meiste online auslagern, du kannst sehr vieles automatisieren und wie das Ganze funktioniert, das lernst du eben in dem Kurs und das schauen wir uns jetzt in diesem Video an, was dich hier genau erwartet. Für die schnell entschlossenen, du kannst dir den Kurs von Calvin Hollywood und Dirk Kreuter direkt über den Link unterhalb des Videos ansehen und sichern. Klicke dazu einfach den ersten Link unterhalb des Videos oder gehe auf bonuskiste.com slash ESS für erfolgreich selbstständig sein. Du bekommst von mir in der Bonuskiste einen Bonus dazu, der dir bei dem Kurs wirklich extrem weiterhelfen wird. Und zwar sind das meine Automatisierungsstrategien, auch das ist ein Videokurs, der normalerweise 497 Euro kostet. Warum kostet er das? In den Automatisierungsstrategien zeige ich dir, wie du als Selbstständiger Aufgaben wiederkehrende Prozesse vollständig automatisieren kannst. Das Ganze ist einmal aufzusetzen und du kannst sehr viele wiederkehrende Prozesse, wie die Buchhaltung, wie die Aufgabenverteilung und so weiter vollkommen automatisieren, wenn man weiß, wie das richtig funktioniert. Alleine dadurch wirst du dir extrem viel Zeit sparen oder eben Geld sparen, wenn du aktuell Mitarbeiter dafür einsetzt. Kostet normalerweise 497 Euro, schenke ich dir in der Bonuskiste allerdings kostenlos dazu. Um dann deine Produkte auch digital verkaufen zu können oder online Neukunden zu gewinnen, schenke ich dir meinen Videokurs, den Traffic Booster dazu, in dem ich dir zeige, keine Theorie, sondern einfach Praxis, ich gebe dir da Einblick in meinen Facebook Werbeanzeigenmanager und meinen Google Ads Account, wie du extrem günstig Kunden generieren kannst und Kunden targetieren kannst, die zu deiner Branche passen. Das heißt, ich bin da einfach in meinem Facebook Werbeanzeigenmanager und zeige dir, wie ich meine Werbeanzeigen aufsetze, wie das Ganze funktioniert und wie du extrem günstige Klickpreise erlangen kannst. Sichere dir dazu einfach den Kurs unterhalb des Videos bonuskiste.com slash ESS und schicke mir danach eine Mail an bonus at bonuskiste.com, damit ich weiß, wohin ich dir die Bonuskiste freischalten kann. So und hier befinden wir uns auch schon im Mitgliederbereich vom Erfolgreich Selbstständigsein Kurs von dir Kreuter und Calvin Hollywood und wir schauen jetzt einfach mal rein, was dich hier erwartet. Man sieht hier bereits, erfolgreich selbstständig sein, wie du pro Woche sieben Stunden weniger arbeitest, während du dein Einkommen verdoppelst. Natürlich eine sehr hochgegriffene Versprechung, tatsächlich ist das allerdings absolut möglich, wenn man sieht, wie viele Selbstständige heutzutage trotz Digitalisierung immer noch arbeiten. Da gibt es viel effizientere Varianten, sage ich mal und diese sehen wir uns jetzt einfach an, was Dirk und Calvin dir hier mitgeben. Und zwar geht es hier direkt los mit dem Intro, was dich in diesem Kurs erwartet. Hier gehen eben Dirk und Calvin nochmal darauf ein, was dich im Kurs erwartet, was dein Learning sein wird und was sie dazu gebracht hat, auf diese Art und Weise zu denken, eben weniger zu arbeiten und mehr zu verdienen. Dann geht es direkt weiter mit dem Mindset Videos und auch hier ist es so, dieses Modul ist extrem wichtig, das Mindset Modul. Denn meist ist es nicht das Wissen, das fehlt, sondern es mangelt eher an der Umsetzung. Denn in unserer Informationsgesellschaft haben wir meist genug Wissen, nur es wird eben nicht umgesetzt. Und damit das dir nicht passiert, gibt es eben hier ein eigenes Mindset Modul, wo du lernst, Mindset zum Verkaufen, Mindset zum Thema Geld verdienen. Als nächstes, also was solltest du da für eine innere Einstellung haben, was solltest du da für Glaubenssätze haben, Mindset zum Thema Selbstvermarktung, wir schauen jetzt hier direkt in den Überblick und Unterschied Angestellter und Selbstständiger. Dann geht es hier direkt weiter mit dem nächsten Modul, das heißt Zielgruppen und Planung. Warum die Ziele so wichtig sind, so erstellst du deine Zielgruppe, das ist eben extrem wichtig. Ich zeige dir das auch im Traffic Booster, den du dazu bekommst, wenn du dir den Kurs über den Link unterhalb des Videos sicherst, dass du einen genauen Kunden-Avatar erstellst, wen du ansprechen möchtest mit deinen Produkten und denn diese kannst du nämlich dann auch online erreichen und somit dein Business hochskalieren. Also so erstellst du deine Zielgruppe, Umgang mit Dingen außerhalb. Dann geht es zum nächsten Modul, Positionierung. Warum ist Positionierung so wichtig, wird dir hier in diesem Video erklärt. Also du solltest dich wirklich genau in einer Nische positionieren und diese Nische für dich online dominieren, kann man so sagen. Wie du das Ganze machst, lernst du hier Positionierung durch Online-Auftritt. Wie schaffst du das Ganze, Positionierung offline. Auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Wie schaffst du das, wird dir hier in einem 20 Minuten Video erklärt und die Corporate Identity. Dann geht es weiter mit den Erfolgsfaktoren, die dir hier von Calvin Hollywood und Dirk Kreuter erklärt werden. Dein grundsätzliches Mindset, also deine grundsätzliche innere Einstellung, ist meiner Meinung nach auch so ziemlich das Wichtigste in diesem Bereich. Kollegen beobachten, das heißt du kannst dir ansehen, was machen erfolgreiche Leute in dieser Nische richtig und kannst dich an denen orientieren und die Punkte, die diese nicht abdecken, die kannst du auch ausfüllen und somit lernst du, wie du dich abhebst. Kooperationen mit Kollegen, auch das ist möglich. Alleine eine Kooperation kann dir innerhalb von einer Woche ein so enormes Wachstum verschaffen, wenn du selbstständiger bist, wenn du das Ganze richtig angehst. Also richtige Win-Win-Situationen sind extrem vorteilhaft für dich und was Dirk Kreuter und Calvin Hollywood damit für Erfahrungen haben, das verraten sie dir in diesem Video. Preise und Pakete, ein sehr wichtiges Thema, man sieht es immer wieder, jemand macht sich neu selbstständig und verlangt für seine Dienstleistung oder für seine Produkte so extrem wenig, dass er selbst kaum davon leben kann. Und nicht umsonst heißt es oft, was nichts kostet, ist nichts wert. Der Kunde messt deinem Produkt ja auch dem Wert zu, den er quasi bezahlt. Das heißt, wenn du jetzt ein sehr günstiges Produkt hast, denkt der Kunde unterbewusst bereits, dass es sehr minderwertig ist. Und darum geht es eben hier in diesem Modul, wie finde ich meine Preise, Preiserhöhung, die verschiedenen Preispakete, die du anbieten kannst und wie das eben Calvin Hollywood und Dirk Kreuter strukturieren. Das heißt, du kannst hier die Strategien von Dirk Kreuter und Calvin Hollywood einfach für dich nachmodellieren und brauchst da nicht lange herum experimentieren, was funktioniert und was nicht. Preise öffentlich oder auf Anfrage, was solltest du in welchen Situationen wählen? Tagessatz oder Festpreis und die Rabatte und Nachlässe. Dann geht es hier weiter mit den Prinzipien zur Akquise, zur Kundenakquise. Wenn du selbstständiger bist, brauchst du Kunden, die dich eben für deine Dienstleistungen, Produkte oder je nachdem bezahlen. Wie du an diese kommst, erfährst du hier in diesem Modul in den Prinzipien der Akquise. Dann auch hier extrem wichtig, eine Webseite ist mittlerweile absolut unerlässlich, wenn du ein Business startest. Hier können dich die Kunden erreichen, das ist wie eine digitale Visitenkarte für dich. Wird dir hier in den 16 Minuten erklärt, was da zu beachten ist, wie du diese vielleicht erstellen lassen kannst und was sie für Nutzen hat. Dann geht es weiter mit dem nächsten Modul und zwar der Kundenakquise. Wie kommst du an deine Traumkunden heran? Und zwar ist das einmal Events und Veranstaltungen. Das wird extrem unterschätzt. Du kannst durch Events und Veranstaltungen genau die richtigen Leute kennenlernen, die dich in deinem Bereich weiterbringen oder eben Kunden finden. Kaltakquisebesuch, Kaltakquise am Telefon, das ist so ziemlich die Königsklasse, sage ich mal. Das Empfehlungsmarketing, auch das ist möglich. Dann geht es weiter mit dem Zeitmanagement. Alleine dieses Modul hat mir da extrem viel geholfen. Organisation des Alltags. Wie strukturieren dir Kräuter und Calvin Hollywood ihre Tage? Bei beiden wirkt es ja so, als ob die 24 Stunden arbeiten würden, weil sie so viel Content produzieren und so weiter. Nur das liegt einfach daran, dass sie ihren Alltag perfekt organisiert haben. Und welche Tools sie für ihr Zeitmanagement nutzen, das erfährst du eben in diesem Modul. Das ist einmal das Return of Investment Pareto. Das heißt, Pareto, kurz erklärt, ist einfach 20% der Dinge, die du tust, bringen dir 80% des Einkommens. Genauso umgekehrt, also 80% der Dinge, die du tust, bringen dir 20% des Einkommens. Somit wäre es nicht sehr intelligent, sich auf diese 80% zu fokussieren, sondern auf die 20%, die den meisten Return of Investment bringen. Und das kannst du bis in die Perfektion treiben. Wird dir eben hier in einem 20 Minuten Video erklärt von Calvin Hollywood und dir Kräuter. Das ist ein extrem empfehlenswertes Video. Würde ich dir sehr empfehlen. Dann einen Kalender. Warum brauchst du den? Wie solltest du dich organisieren mit einem Kalender? Verschiedene Apps, die von den beiden genutzt werden. Auch hier gibt es extreme Produktivitäts-Apps, die du wirklich nutzen solltest. Denn wenn du dich daran hältst, ja, dir kommt es vor, wie wenn du an einem Tag das schaffst, was du normalerweise nur in drei Tagen schaffst. Und Outsourcing, extrem wichtiges Thema. Grundsätzlich macht es ja Sinn, alles, was nicht deine Kernkompetenz ist, vollständig abzugeben an jemanden, dem seine Kernkompetenz darin eben dann liegt. Das schaffst du eben mit Outsourcing. Und Dirk Kreuter und Calvin Hollywood haben auch das perfektioniert. Das heißt, sie konzentrieren sich wirklich nur auf das, was sie perfekt können. Und alles andere wird abgegeben. Und auch hier gibt es extrem gute Tipps dazu. Da schenke ich dir ja einen eigenen Kurs dazu, die Automatisierungsstrategien, wo es im Endeffekt nur darum geht, viele Sachen outzusourcen. Nicht mal direkt outzusourcen, sondern einfach automatisierte Tools zu verwenden, die für dich die Arbeit erledigen. Das heißt, das ist nicht einmal jemand, den du zahlen musst, sondern das wird von automatischen Tools erledigt. Dann schauen wir direkt weiter. Weiterbildung. Wie bildest du dich weiter? YouTube. Extrem cool, dass wir mittlerweile die Möglichkeit haben, Informationen kostenlos über YouTube zu beziehen. Aber nicht nur das ist wichtig. Auch Bücher und vor allem, welche Bücher du lesen solltest. Welche die wichtigsten Bücher sind. Hörbücher. Ist extrem geil, dass du damit einfach die Zeit beim Autofahren nutzen kannst. Die Zeit beim Busfahren nutzen kannst. Wenn du spazieren gehst, da kannst du überall Hörbücher hören. Und kannst diese Zeit so auch sinnvoll für dich nutzen. Veranstaltungen und Seminare. Vor allem auch durch die Personen, die dort sind, kannst du sehr viel lernen. Ein Mastermind. Und natürlich ein Mentoring. Dann geht es weiter mit dem E-Mail-Marketing. Nicht umsonst heißt es ja immer wieder von vielen Online-Marketern, das Geld liegt in der Liste. Und tatsächlich ist es so, wenn du deine Kundenadressen einsammelst und denen regelmäßig, natürlich vollautomatisiert, E-Mails schickst, dann kannst du alleine durch E-Mail-Marketing einen sehr großen Teil deines Umsatzes machen. Warum ist das wichtig? So erstellst du eine Liste. Wie kannst du das dann automatisieren? Und die Tipps für E-Mails. Also wie du E-Mails schreibst, die dann auch verkaufen für dich und konvertieren. Dann geht es weiter mit den Verkaufsgesprächen. Auch diese sind sehr wichtig, wenn du selbstständig bist und deine Dienstleistungen oder deine Produkte verkaufen möchtest. Wie bereitest du dich auf ein Verkaufsgespräch vor? Der Einstieg, Bedarfsanalyse, Präsentation, Abschluss. Wie behandelst du Einwände eines Kunden? Hier geistige Brandstiftung, Nachbereitung. Und schlussendlich am Ende des Kurses noch ein Outro. Das ist eine Zusammenfassung von Calvin Hollywood und Dirk Kreuter, um dir nochmal alles Gute zu wünschen und den Inhalt des Kurses nochmal kurz zusammenzufassen. Dann erhältst du noch zusätzliche Bonuskurse dazu. Das heißt, du erhältst, Bonus Nummer 1, mindestens ein neuer Kunde in nur 60 Minuten. Und das ist eben ein Video, dauert 40 Minuten, in dem dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gegeben wird, wie du einen neuen Kunden innerhalb von einer Stunde akquirieren kannst. Das solltest du allerdings erst machen, nachdem du mit dem kompletten Kurs durch bist, dann kannst du das machen. Das funktioniert tatsächlich garantiert. Die Strategie finde ich hier extrem cool. Möchte hier jetzt gar nicht zu viel verraten, aber du wirst es definitiv schaffen, innerhalb von einer Stunde einen neuen Kunden zu gewinnen, wenn du dich daran hältst. Bonus Nummer 2, bloggen und Thema Videos. Beschäftige dich mit Videos und bloggen. Ja, was hat es damit auf sich? Grundsätzlich ist es ja so, dass Videos immer relevanter werden im Internet. Deswegen solltest du dich definitiv mit Videos beschäftigen. Je nachdem, in welcher Branche du bist, wollen Kunden oft einfach Videos sehen, da sie diese mehr anspricht und viele wollen einfach auch keinen Text lesen. Deswegen beschäftige dich mit Videos und bloggen. Alleine dadurch hast du einen extremen Vorteil, denn du beweist erstens in deinem Blog, dass du Expertise zu einem Thema hast und kannst mit diesen Blogbeiträgen auch bei Google zu bestimmten Suchbegriffen sehr weit oben in den Suchergebnissen zu finden sein. Das heißt, wenn jetzt jemand nach einem bestimmten, zum Beispiel du bist Fotograf und jemand sucht Hochzeitsfotos, richtig schießen oder ähnliches und du hast einen Blogbeitrag zu dem Thema, dann kommt er auf deine Seite und sieht deinen Blogbeitrag und wenn der gut ist, wird er schauen, okay, wer hat das geschrieben? Und wenn du dann Hochzeitsfotografie oder ähnliches anbietest, dann ist das natürlich perfekt. Bonus Nummer 3, Wohlbefinden. Bonus Nummer 4, Videomaterial von den Malediven. Hier waren eben Dirk Kreuter und Calvin Hollywood gemeinsam in den Malediven und geben dir hier in einem Bonusmodul nochmal tiefergehendes Wissen zu dem Kurs. Das heißt, wie positionierst du dich richtig? Wie definierst du deine Zielgruppe noch einmal genauer? Wie gesagt, auch das lernst du im Traffic Booster, den ich dir ja zum Kurs erfolgreich selbstständig sein dazu schenke. Was benötigt der Markt? Die Preisbildung. Die Nein-Blockade, die viele eben haben. Webseite. Auch hier nochmal weiterführende Gedanken zur Webseite, dass ihr auch schon im Kurs versteckt ist. Dierks Gedanken zu erfolgreich selbstständig sein. Finde ich extrem geil dieses Video. Das ist einfach ungeschnitten ein 1-Stunden-Video, wo Dirk einfach seine Gedanken zu dem Kurs teilt und verrät, was damit eben alles möglich ist und was ihm dabei am meisten geholfen hat. Denn genau das teilt er ja. Die Gedanken, die ihm bei seinem Business am meisten geholfen haben, die bekommst du hier einfach direkt mit dem Kurs. Nachtrag von Dirk und Calvin und hier noch ein Q&A, Question & Answer. Das heißt, hier sind Fragen zum Kurs gestellt worden und Dirk und Calvin beantworten diese in einem zweiteiligen Q&A. Das heißt, wenn du da irgendwelche Fragen hast, werden die wahrscheinlich schon im Q&A vorkommen und du kannst diese direkt hier raussuchen. Ansonsten kannst du dem Support jederzeit schreiben und die Jungs sind da jederzeit für dich da, antworten dir innerhalb von ein paar Stunden und helfen dir da direkt weiter. Ja, mein Fazit zum Kurs. Der Erfolgreich-Selbstständig-Sein-Kurs ist meiner Meinung nach einer der besten aktuellen Kurse in dem Bereich Selbstständig machen, sein eigenes Ding machen, selbstständig sein und so weiter. Denn du lernst hier wirklich von Experten. Beide, also Dirk und Calvin, waren absolut, sag ich mal, ganz unten, die haben ihr Business von Null an aufgebaut und haben in den Jahren eben extrem viel gelernt. Und wenn du das Wissen dieser Leute, die von Null an etwas aufgebaut haben, für dich nutzen kannst, dann ist das quasi unbezahlbar. Das hast du eben alles im Erfolgreich-Selbstständig-Sein-Kurs dabei. Du kannst dir den Kurs über den Link unterhalb des Videos sichern oder du gehst auf bonuskiste.com.ess und bekommst von mir dazu, möchte ich dir zum Kurs dazu schenken, dann wirst du noch mal schnellere Ergebnisse erzielen. Und ja, das sind auch Strategien, die mir sehr geholfen haben. Zwar einmal sind das die Automatisierungsstrategien im Wert von 497 Euro, in denen ich dir zeige, ähnlich wie im Modul Outsourcing beschrieben, wie du wiederkehrende Prozesse so optimieren kannst, dass du diese nicht mehr jedes Mal selbst machen musst. Das heißt, entweder du sourst diese Prozesse komplett aus oder du nutzt, was es ja mittlerweile schon zuhauf gibt, Automatisierungstools, die dir diese Arbeit vollständig abnehmen. Dadurch sparst du dir extrem viel Zeit und Geld, die du mit Sicherheit brauchen wirst, wenn du dich selbstständig machst. Kostet normalerweise 497 Euro, schenke ich dir in der Bonuskiste allerdings kostenlos dazu. Dann bekommst du von mir dazu, um wirklich da noch Kunden zu erreichen, meinen Traffic Booster. Das heißt, hier zeige ich dir, wie du für extrem günstigen Preis Kunden auf deine Webseite holst, deine Produkte verkaufst deine Dienstleistungen verkaufst, je nachdem. Da zeige ich dir einfach in meinem Facebook Werbeanzeigenmanager und in meinem Google Ads Account, wie ich das Ganze mache und du kannst mir dabei über die Schulter schauen. Den Traffic Booster gibt es auch bei Digistar zum Kaufen für den Preis von 197 Euro, aber auch diesen bekommst du zusätzlich zu den Automatisierungsstrategien zum Erfolgreich Selbstständigsein Kurs vollkommen kostenlos in der Bonuskiste dazu, wenn du dir den Kurs von Kelvin und Dirk über den Link unterhalb des Videos sicherst oder du gehst auf bonuskiste.com slash ess – – – – – – – Vielen Dank.